Amtlich Anklage gegen den FC Barcelona Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski und dem FC Barcelona steht eine Anklage wegen Korruption ins Haus. Ebenfalls angeklagt wurden ehemalige Vereinsfunktionäre des spanischen Fußball-Aushängeschilds und Ex-Schiedsrichter José María Enriquez Negraira. Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen die ehemaligen Vereinspräsidenten Josep María Bartomeo, 60, und Sandro Rossell, 59. Dabei geht es um Millionenzahlungen an ein Unternehmen von Ex-Sciere Negraira bis ins Jahr 2018. Zur besagten Zeit war Negraira Vizepräsident des Schiedsrichterausschusses. Die Ermittler seien nun zu dem Schluss gekommen, dass die Beträge dazu dienten, Barca bei der Entscheidungsfindung der Schiedsrichter zu begünstigen. Das teilte eine Justizsprecherin mit. Zwischen 2001 und 2018 habe der Club mehr als 7,3 Millionen Euro gezahlt. Pikant, dass sie geschäftliche Verbindungen unterhielten, haben beide Seiten längst eingeräumt. Den Vorwurf der Korruption weisen sie aber zurück. Nach Angaben Negrairas habe seine Firma Barca vielmehr nur mündlich beraten, wie sich Superstar Lionel Messi und Co. sich gegenüber bestimmten unparteiischen Verhalten sollten. Auch der Katalanen Club spricht von normalen Beraterdiensten. Sollte das Gericht eine Verfehlung von Barca feststellen, sind empfindliche Strafen zu erwarten. In vergleichbaren Fällen gab es Urteile über Geldstrafen, Punktabzüge bis hin zu Zwangsabstiegen. Dabei läuft es sportlich eigentlich nicht schlecht, diese Saison für Barca. Auch wenn man europäisch nach dem Abstieg aus der Champions League nach zwei Pleiten gegen den FC Bayern auch in der Europa League im Hammer-Duell gegen Manchester United die Segel streichen musste. In der heimischen Liga führt Barca souverän die Tabelle an, steht im Pokal-Halbfinale gegen Real Madrid und hat den Supercup gewonnen. Durch die Anklage steht dem Club nun allerdings unruhige Zeiten ins Haus. Ganz sicher nichts, was Trainer Xavi und sein Star-Ensemble im Endspurt um die spanischen Titel sonderlich gut gebrauchen können. Wir halten euch hier auf den neuesten Stand. Habt ihr unseren Kanal schon abonniert? Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr dieses jetzt macht und vergesst auch nicht die Glocke zu drücken. So verpasst ihr keine neuen Videos von uns. Und über einen Daumen nach oben und ein Kommentar freut sich auch der YouTube-Algorithmus.